Servus! Servus Stucki! Willkommen im Studio FH Porsche. Es ist super, dass du hier bist. Roland, herzlichen Dank. Ich habe mich sehr über eure Glückwünsche gefreut zu meinem unglaublichen 70er. Und ich freue mich natürlich ganz besonders heute, mir einen Traum zu erfüllen mit einem sozusagen Porsche fürs Handgelenk. Ich bin schon ganz aufgeregt. Da kümmern wir uns jetzt gleich einmal drum. Auf geht's! Porsche Design hat weltweit als einzige und erste Firma einen Uhrenkonfigurator entwickelt. Es gibt bei uns die sogenannten Custom-Build-Time-Pieces. 1,5 Millionen Konfigurationsvarianten sind da möglich. Du kannst dir deine persönliche Uhr absolut maßschneiden. Das ist der Ansatz. Jetzt musst du sagen, was du gerne bei der Uhr hättest. Ja, ich habe schon ziemlich genaue Vorstellungen, was ich jetzt hier gesehen habe. Ich finde zum Beispiel wichtig ist das Armband blau. Ja. In Bezug auf meinen Helm, weil der war immer blau. Absolut. Macht Sinn. Vielleicht nochmal die Ziernaht. Das, glaube ich, gibt es in Carrara Weiß. Ja. Das wäre wichtig in Bezug auf den Rothmans-Legendären, auf das Lebron-Sieger-Auto. Und dann natürlich, was da dazugehört, ist dann der Aufzugsrotor in dem Design der Felge. Und dann das Wichtigste, die Gravur. Hj-Stuck 70. Auf jeden Fall. Dann haben wir schon mal die wichtigsten Teile beieinander. Absolut. Und da gibt es die Uhr auch nur ein einziges Mal. So ist es. In welches Detail du gehen kannst, um die eine Uhr zu konfigurieren. Das entspricht schon erstens meinen Wünschen. Und ich kann damit praktisch das ganze Leben, das für mich wichtig ist, eigentlich da rein implizieren. Das ist schon toll. Ich kann schon kaum erwarten, bis ich das Ding in Händen halte. Ja. Aber ich weiß nicht, die Vorfreude ist die schönste Freude. Absolut. Und ich freu mich schon riesig drauf. Ich fühle mich auf den Wein, bis ich riesig drauf.